Hi, mein Name ist Sergej. Wenn ihr Lust habt, kommt nach Berlin in die Hansa Studios. Wir machen einen Workshop über Hip-Hop, Produktion, Mixing, Mastering, Recording, alles drum und dran. Ich plauder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da sind noch ein paar andere gute Jungs, die viel zu erzählen haben. Wenn ihr Bock habt, was zu lernen und sehen wollt, wie wir arbeiten, dann meldet euch gebrannt.